Im Westen entführt von der Stasi. Ich verstehe es nicht, dass ein Mensch so verschwinden kann. Einfach so weg. Manche kehren nie zurück. Das war ja immer die Ungewissheit. Lebt er, lebt er nicht mehr. Tod oder lebendig? Für Mielkes Menschenjäger nur eine Frage des Auftrags. ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Das Ministerium für Staatssicherheit wäre dieser Tage 60 Jahre alt geworden. Vermutlich werden manche Veteranen wieder darauf anstoßen. Dabei gibt es wirklich keinen Grund zum Feiern. Denn die Stasi war ein Krake, der die ganze DDR mit Angst und Terror überzog. Und meinte, ihre Macht sei grenzenlos, im wahrsten Sinn des Wortes. Oppositionelle, aber auch geflohene Genossen mussten jahrelang befürchten, auch im Westen von den Menschenjägern des Herrn Mielke aufgespürt zu werden. Manchmal mit tödlichen Folgen. Sehen Sie dazu einen Film meines Kollegen Christian Frey. Berlin-Lichterfelde, 8. Juli 1952. Morgens um halb acht. Der DDR-Kritiker Walter Linse ist auf dem Weg zur Arbeit. Ja, haben Sie vielleicht Feuer? Ja. Ein Stasi-Überfall mitten in West-Berlin. Unter Zeugung. Hilfe, mich drauf! Hilfe! Entschuldigung! Hilfe! Wieder Menschenraub in West-Berlin. Heute früh wurde Dr. Linse in einem mit brutalster Rücksichtslosigkeit ausgeführten Überfall in die Sowjetzone verschleppt. Entschuldigung! Was man für Dreharbeiten zu einem Kriminalfilm halten könnte, ist die Wirklichkeit des Kalten Krieges. Der Verlinset war ein besonders dreistes Bubenstück. Zumal sich ja dann hinterher auch herausstellte, dass die Staatssicherheit dazu Berufskriminelle gedungen hatte. Man wollte es kaum für möglich halten, dass man also in West-Berlin sozusagen Zustände, wie man sie in Chicago der 20er Jahre vermutet hatte, weiten westlich. Berlin und die Welt sind empört über diesen neuen Fall eines Menschenraubes am hellen Tag. Nur die Brille des Verschleppten blieb zurück. An dieser Stelle passierte das Auto mit dem um Hilfe rufenden Dr. Linse die Grenze. Den West-Berlinern bleibt nur das Nachsehen und hilflose Wut. Tausende kommen zur Protestkundgebung mit dem regierenden Bürgermeister. Hier ist ein Mensch aus unserer friedlichen Mitte geraubt worden, hinausgefahren in die Folterhöhlen dieser Verbrecher. Jetzt muss unsere Geduld ein Ende haben. Er rief, gebt uns Linse zurück, lasst ihn frei. Das ging über den Lautsprecher natürlich, über den Rundfunk und wurde natürlich auch in Ost-Berlin zur Kenntnis genommen, auch bei den Herrschenden. Kommunistische Gegendemonstranten tauchen auf, wollen die Veranstaltung stören. Die Polizei versucht das Schlimmste zu verhindern. Es war eine unglaubliche Wut und Empörung über diese Vorgänge, wobei ich immer wieder daran erinnern muss, es war kein Einzelfall. Aber der Fall, der das Fass zum Überlaufen bringt. Der Jurist Linse ist ein wichtiger Mitarbeiter des UFJ, des Untersuchungsausschusses Freiheitlicher Juristen. Finanziert mit US-Dollars und schon seit Monaten im Visier der Stasi. Für Ost-Berlin ist Linse ein Spion und Staatsfeind, weil er Kontakte in die DDR unterhält, für den UFJ. Dieser UFJ ist eine Art frühe Menschenrechtsorganisation gewesen, der eben auf die Einhaltung des Rechtes vor allem orientiert war und diese Rechtsverstöße dokumentierte und auch Rechtsberatung gab für den Ostdeutschen, die damals in Berlin ja noch ohne Probleme die Sektorengrenze passieren konnten. Und Linse hat das organisiert. Linse's Frau Helga sucht Hilfe beim amerikanischen Hochkommissar Donnelly. Ich selbst habe immer das Bewusstsein, dass ich hier für alle spreche, für alle Angehörigen dieser Verschleppten, die bisher nichts tun konnten. Die Amerikaner fordern die Freilassung des Entführten. Das wurde einfach ignoriert. Da hätte man ja eingestehen müssen, dass man hier ihn gekidnappt hat und das hat man tunlichst vermieden. Er war einfach verschwunden. Verschwunden. Im kommunistischen Teil der Stadt, der sich selber der demokratische Sektor nennt. Die Grenze ist noch durchlässig. Auch für die Menschenjäger der Stasi. Den Amerikanern sei wohl ein Agent verloren gegangen, höhnt die SED-Zeitung Neues Deutschland nach Walter Linses Entführung. Auf der einen Seite wollte man damit Macht und Allgegenwart demonstrieren im Westen. Auf der anderen Seite wollte man aber als Urheber der Entführung eigentlich nicht in Erscheinung treten. Sprich, jeder sollte es eigentlich wissen, aber auch wiederum nicht. Besonders gefährdet sind Flüchtlinge aus der DDR. Warnungen für Neuankömmlinge in den westlichen Auffanglagern. Ihnen wurde mitgeteilt, vorsichtig sein bei Einladungen oder bei irgendwelchen abstrusen Treffen. Es droht der Menschenraub. Und es gab natürlich auch von den zuständigen Behörden in West-Berlin Aufrufe an die Öffentlichkeit, wachsam zu sein. Aus Sicht der Stasi sind die Flüchtlinge Verbrecher. Wer gegen friedliebende Menschen und unseren Staat seine Hand erhebt, endet im Zuchthaus. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Viele haben die Wahrheit dieser Worte kennenlernen müssen, die in Verblendung unsere deutsche demokratische Republik verließen. Gegen Verbrecher schlagen die Organe der Staatssicherheit hart und unerbittlich zu. 17. Juni 1953. Volksaufstand in der DDR. Gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen und für mehr Freiheit. Die Stasi hat den Aufstand nicht kommen sehen und sucht die Schuld dafür im Westen. Von Anfang an hat die Staatssicherheit die These aufgestellt, das ist eine Provokation, die von westlichen Agentenzentralen im Zusammenwirken mit DDR-internen Klassenfeinden Provokatoren inszeniert worden ist. Stasi-Chef Ernst Wollweber gibt Befehl zur Operation Blitz. DDR-Gegner im Westen sollen verschleppt werden, über die deutsch-deutsche Grenze in den Osten. Wollwebers Stellvertreter Erich Mielke unterschreibt die Entführungsbefehle, die im Stasi-Deutsch Haftbeschluss heißen. Auch den von Karl Wilhelm Fricke. Fricke ist damals ein junger Journalist aus dem Osten geflohen. Er schreibt für verschiedene Zeitungen über die Verhältnisse in der DDR. Schon das macht ihn in den Augen der Stasi zum Agenten. Am 1. April 1955 bekommt er eine Einladung von einem Bekannten, der ihn für seine Artikel mit Informationen versorgt. Ich hielt ihn für einen politischen Flüchtling aus Potsdam, der mit seiner Frau die DDR verlassen hatte. In Wirklichkeit waren beide, das Ehepaar Kurt und Anne-Maria Rittwagen, geheime Mitarbeiter der Staatssicherheit. Dann hat man also ein paar Aborte gewechselt. Mir wurde also ein Kognak angeboten. Das habe ich als nicht ungewöhnlich empfunden, denn wenn mich Rittwagen besorgt, habe ich ihm auch entweder einen Kaffee angeboten oder auch einen Kognak. Der Köder ist ein druckfrisches sowjetisches Lehrbuch für Ökonomie. Im Westen eigentlich nicht zu bekommen. Spannende Lektüre für einen auf die DDR spezialisierten Journalisten. Das Opfer schöpft keinen Verdacht. Ich habe dann gesagt, ich muss jetzt aufhören, ich muss los. Ich habe mich nämlich mit meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Frau, verabredet gehabt. 16 Uhr. Ja, wir waren verabredet. Ich hatte mein Staatsexamen gemacht. Ich war ja Krankenschwester. Und wir wollten dann eigentlich ein bisschen feiern und wollten ja eigentlich auch in diesem Jahr noch heiraten. Ich wollte nur erst mal ein Examen haben. Ich war eben zu altmodisch, um dann eben auch nachher noch arbeiten zu können. Schnell noch einen Kognak auf den Weg. Kalter Schweiß, Trag auf meine Stirn. Ich habe mich entschuldigt vor meinen makabren Gastgebern. Müssen Sie mir unbedingt ein Taxi bestellen? Ja, machen wir. Und dann begann das Betäubungsmittel so deutlich zu wirken, dass ich das Bewusstsein völlig verloren habe. Was dann geschehen ist, weiß ich nur aus den Akten. Es ist die Stunde der Greifer von der Stasi-Hauptabteilung 8, Festnahmespezialisten. Sie wickeln den bewusstlosen Karl Wilhelm Fricke in einen Schlafsack. Verschleppt im Schutz der Dunkelheit. Ich bin dann erst gegen 23 Uhr allmählich zu mir gekommen. Um mich herum mehrere Stasi-Offiziere, die auf mich einbrühten. Weißt du, wo du bist, du Schwein? Du bist hier, sondern ich weiß gar nicht. Und ich war noch völlig benommen. Ich konnte das auch gar nicht geistig richtig verarbeiten und realisieren. Ich habe sogar noch gesagt, wenn ich euch nicht passe, kann ich ja gehen. Und dann sagt er, dann geht doch. Und ich bin dann tatsächlich einfach an der Tür zugewankt, wurde zurückgerissen. Ich habe mich gewehrt, natürlich haben die zurückgeschlagen. Da wurde ich normal bewusstlos. Willkommen im sogenannten U-Boot, dem unterirdischen Gefangenentrakt des Stasi-Gefängnisses Berlin-Hohenschönhausen. Er war wie vom Erdboden weg. Man wusste nichts, aber es wusste ihm wirklich keiner was nicht. Das war ja immer die Ungewissheit. Lebt er, lebt er nicht mehr. Und wenn man sieht, dass ja auch bei manchen Entführungsfällen das schiefgegangen ist, hätte das hier ja auch so sein können. So wie offenbar beim ehemaligen SED-Funktionär Robert Bialek. Enttäuscht vom Sozialismus in der DDR war Bialek mit seiner Familie in den Westen geflohen. Doch die Menschenjäger der Stasi spüren ihn auf. Seitdem weiß man nichts mehr von ihm. Nichts mehr. Gar nichts mehr. Weg. Also es ist mir unverständlich, ich verstehe es nicht, dass ein Mensch so verschwinden kann. Einfach so weg. Als wenn es ihn nie gegeben hätte. Das letzte gemeinsame Familienfoto. Dagmar Alheids Vater weiß, dass er auf der Abschussliste der Stasi steht. Denn er macht Radiosendungen für das deutschsprachige Programm der BBC. Sie beginnt mit einem Interview mit Robert Bialek. Der Name ist Ihnen vielleicht nicht unbekannt. Und die halbe DDR hört zu. Die haben also eifrigst immer gehört. Die wussten ganz genau, wann mein Vater sprach in der deutschsprachigen BBC. Und haben dann also sehr rege daran teilgenommen, was er zu sagen hat. Das hat natürlich den Zorn der Herrschenden hervorgerufen. Robert Bialek war für sie ein Verräter, der Prototyp des Renegatten, der ausgeschaltet werden musste. Das ist das Motiv seiner Entführung. Neue Spuren führen ebenfalls ins Stasi-Untersuchungsgefängnis Berlin-Hohenschönhausen. Wir haben hier kürzlich die Eingangsbücher der Staatssicherheit genau untersucht und haben festgestellt, dass es just an diesem Tag der Entführung einen Eingang gab. Und zwar einen Eingang, der zwar mit Datum und Uhrzeit fixiert ist, aber es gibt keinen Namen. Ein Datum, eine Uhrzeit, ein Namenloser. Was sollte hier vertuscht werden? Ich vermute, ich weiß es nicht, aber ich vermute, er war ja wohl herzkrank gewesen, dass er das vielleicht nicht ganz richtig dosierte Betäubungsmittel nicht verkraftet hat und daran zugrunde gegangen ist. Jahrelange Gestapo-Haft hatte der Kommunist Robert Bialek überlebt. Die Entführung durch seine ehemaligen Genossen nicht. Was ich mir persönlich wünsche ist, dass er, wenn das wirklich alles so gelaufen sein sollte, was ich also 100% auch glaube, dass er wirklich verstorben ist. Und wenn es denn geht, bitte noch im Auto, damit man diesen Menschen hat nicht mehr quälen müssen, weil er ist genug gequält worden. Damals in der NS-Regime und alles. Und ich denke mir, Folter ist somit das Schlimmste, was man machen kann, einen Menschen antun kann. Schon die Zelle in Hohenschönhausen ist eigentlich Folter. Ein Verlies ohne Fenster und Frischluft. Über der Zellentür war eine Lampe in die Wand eingebaut, die Tag und Nacht leuchtete. Und draußen in den Gefängnisgängen defilierten im Abstand von jeweils wenigen Minuten die Wachposten, die dann am Spion erschienen mit dem Auge, sodass man merkte, ah, da ist wieder einer dran. Man sollte es merken, man sollte es wissen, dass man unter ständiger Kontrolle stand. 15 Monate verbringt Karl Wilhelm Fricke in völliger Isolation. Der einzige menschliche Kontakt ist sein Vernehmer. Man muss Psychotechniken entwickeln, sich selbst geistig zu beschäftigen. Ich habe Spiele durchgespielt mit Karten, die ich mir eingebildet habe. Also ich hatte ja keine Karten natürlich, aber ich habe sie mir eingeprägt und habe sie dann durchgespielt. Skat, Vorderhand, Mittellhand, Hinterhand. Und das dauerte tagelang, so ein Spiel. Aber das war ja der Sinn der Sache, dass man die Mauern durchdrang, sozusagen in Gedanken. Die Gefangenen sollen gebrochen werden. Am Ende unterschreiben viele, was ihnen die Stasi-Vernehmer vorwerfen. Der Politologe Wolfgang Welsch berichtet von perfiden Quälereien. Er ist in den 60er Jahren im Stasi-Gefängnis Berlin-Pankow inhaftiert. Weil er ungenehmigt versucht hatte, einen Dokumentarfilm zu drehen über das Leben in der DDR. Die Tür ging auf, das Licht in der Zelle an. Ich blinzelte und sah vor der Tür aufgereiht eine ganze Traube von Uniformierten stehen. Was machen die jetzt? Also ich hatte wirklich blanke Angst. Einer links, einer rechts. Und die ganze Truppe trappelte durch den Gang. Und wir gingen raus in den dunklen Hof. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was jetzt passieren sollte. Also die einzige Vorstellung hatte, die werden dich jetzt zusammenknüppeln. Doch was dann geschieht, klingt so unglaublich, dass Wolfgang Welsch Jahrzehnte nicht darüber reden konnte. Ich stand mit dem Rücken an die Wand gepresst. Und dann hörte ich hinten Geräusche, Trappeln von vielen Leuten. Fertig laden! Und dann hörte ich plötzlich metallisches Entsichern von Waffen. Als der Befehl Feuer kam, war in mir alles leer. Und meine letzten verzweifelten Gedanken waren, warum? So könnte man das in diesem Warum vielleicht zusammenfassen. Denn ich war mir keiner Schuld bewusst. Ich habe nichts gemacht und nicht im Entferntesten, was das rechtfertigen könnte. Eine Scheinhinrichtung. Eigentlich Spezialität des sowjetischen Geheimdienstes. Die psychischen Folgen sind fatal. Zellentür wurde zugemacht, Licht wurde gelöscht. Und ich war alleine in der Zelle. Und bin wahrscheinlich zusammengebrochen. Und ich weiß es nicht mehr. Ich kann das nicht so genau aus meiner Erinnerung rekonstruieren. Wolfgang Welsch widersteht dem Terror und unterzeichnet kein erzwungenes Geständnis. Genauso wenig wie der Journalist Karl Wilhelm Fricke. Dennoch wird ihm der Prozess gemacht. Im Sommer 1956. Das Urteil steht schon vorher fest. Nach einem Gummiparagrafen des DDR-Gesetzbuches, der Kritiker zu Kriminellen macht. Das alles hat dann dazu geführt, dass man mit Ach und Krach ein Urteil zurecht geschustert hat. Vier Jahre Zuchthaus unter Anrechnung der Untersuchungshaft. Nachartiger 6 Absatz 2 der Verfassung der DDR von 1949. Boykotthetze, Kriegshetze. Abzusitzen im Stasi-Knast Bautzen 2. Zuchthaus für kritischen Journalismus. Zum ersten Mal darf Fricke jetzt ein Lebenszeichen an seine Familie schicken. Liebe Mutter, ich bin kerngesund und blicke zuversichtlich in das Morgen. Du darfst nicht traurig sein um mich. Jede Träne, die du weinst, lastet auf meiner Seele. Und grüße bitte Friede Lind von mir. Ich denke oft und gern an Sie. Es war eine Erlösung. Insofern, man hat erst mal gewusst, dass er lebt und wo er ist. Allerdings, muss ich ehrlich sagen, habe ich immer noch gezweifelt. Ich habe gedacht, du glaubst es erst, wenn er vor dir steht. Fricke bittet Freundin und Mutter, ihn nicht im Gefängnis zu besuchen. Er fürchtet, seine Fassung zu verlieren. Diesen Triumph will er seinen Peinigern nicht gönnen. Ich habe mich permanent geführt in der Hand uniformierter Verbrecher. Das sage ich mal in aller Deutlichkeit. Für mich war das nie Normalität. Normalität war der Tag der Entlassung. Drei Jahre und 364 Tage nach seiner Entführung kommt Karl Wilhelm Fricke wieder in die Freiheit. Nachmittags kam er an. Er war blass, sehr schlank, aber sonst unverändert. Das war ein herrliches Gefühl. Es war wirklich wunderschön. Wir haben dann also schon diesen Abend wunderschön verbracht. Und dann sagte ich, ich sage, was möchtest du denn essen? Irgendwas Leichtes? Nee, sagt er. Ich möchte jetzt ein anständiges Bier und Tartar. Dann habe ich auch keine Schwierigkeiten gehabt, mich sofort wieder einzugehen. Ich habe nach acht Tagen angefangen, wieder zu schreiben. Mein Thema. Nun hatte ich ja genügend Stoff, wenn ich mal so sagen darf. Happy End in Weiß. Hochzeit am Jahrestag von Frickes Verurteilung in der DDR. Er hat gesagt, dass er am 11. Juli heiraten möchte, weil er lebenslänglich jetzt verurteilt werden müsste. Das haben die ja da drüben nicht geschafft. Und wir haben dann auch wirklich am 11. Juli in dem Jahr geheiratet. Zwei Jahre später, 13. August 1961. Der Mauerbau zementiert die deutsche Teilung. Viele werden sich erst nach Jahrzehnten wiedersehen. Auch für die Menschenjäger der Stasi wird die Schließung der Grenze zum Problem. Man hatte sich praktisch ja selbst eingemauert und musste durch die Grenze Übergang stellen und konnte nicht irgendeine Seitenstraße benutzen. Aber auch das politische Gesamtumfeld hat die SED dann doch dazu veranlasst, diese sehr spektakulären Entführungsaktionen zu fahren. Hinter Mauer und Stacheldraht versucht die DDR, sich als das bessere Deutschland zu inszenieren. Frisch, fröhlich, jugendlich. Die Stasi verfolgt eine neue Taktik. Diskretes Handeln statt sichtbarer Gewalt. Das erste Ziel des MFS war, alle diese Dinge, diese schmutzigen oder nassen Sachen, wie man so im Jargon der Geheimdienste sagt, zu vertuschen. Auf jeden Fall sollte vermieden werden, dass der friedliebende Arbeiter- und Bauernstaat in irgendeiner Form auch nur in den Verdacht gerät. Ein Sonderzug nach Erfurt bringt frischen Wind in die deutsch-deutschen Beziehungen. Willy Brandt besucht als erster Bundeskanzler die DDR, 1971. Die Menschen kommen, um ihm zuzujubeln, nicht dem Namensvetter Willy Stof, dem ungeliebten Staatsoberhaupt der DDR. Willy Brandt hat eine Liste mit Namen von politischen Gefangenen dabei, die die Bundesrepublik aus DDR-Gefängnissen freikaufen will. Einer auf dieser Liste war mein Name. Die wollten das nur nicht gleich als Antwort darauf mich freilassen. Die wollten ja ihr Gesicht wahren. Und es verging noch mal eine gewisse Zeit bis zum Frühjahr 1971. Und dann kam ich mit einem Regierungstransport der DDR direkt in die Bundesrepublik. Doch anstatt öffentlich zu schweigen, wie ihm sein Anwalt im Westen rät, stellt sich Wolfgang Welsch den Fragen des ZDF-Reporters Fritz Schenk. Beispielsweise das, was wir jetzt tun, über DDR-Gefängnisse informieren. Nützt es ihm? Ist er froh darüber oder sollte man es lieber nicht tun? Ich höre seine Worte noch heute. Was würden Sie denn sagen? Soll man über die Freikaufaktionen sprechen oder soll man lieber, wie die Anwälte auch sagen, schweigen? Ich kann dazu aus eigener Erfahrung sprechen, dass es ungeheuer wichtig ist, dass man in der Bundesrepublik oder überhaupt im westlichen Ausland berichtet, berichtet und nochmals berichtet. Reden Sie und schreiben Sie und berichten Sie laut und deutlich, die DDR verkauft Häftlinge. Das wird vielleicht vier Wochen eingestellt, aber ich bin überzeugt, dass die Summen, die da im Raum stehen, schon fest im Staatshaushalt der DDR eingeplant sind. Und so war es auch. Welsch geht noch weiter. Er beschafft sich bundesdeutsche Reisepässe. Sie sollen Tickets in die Freiheit werden für weitere DDR-Bürger. In Sofia, wohin Ostdeutsche reisen dürfen, nehmen sie ein Flugzeug nach Bukarest. Im Flieger vernichten sie ihre DDR-Papiere und landen in Rumänien als Bundesbürger. Sie reisten mit den Papieren ein, die wir nachempfunden hatten. Und da gab es nie Beanstandung. Einreisestempel, mit dem Einreisestempel nach Rumänien wurde ihre bundesrepublikanische Staatsangehörigkeit anerkannt, wurden die Stempel, die wir nachempfunden hatten, anerkannt. Und damit war ihre Flucht faktisch schon beendet. Der Rest ist Flüchtlingsroutine. Durch einen simplen Trick, der in Zeiten der digitalen Datenübertragung nicht mehr möglich wäre, werden aus DDR-Bürgern Bundesdeutsche. Es waren Familien darunter, also mit ganzen Familien verbundenen Kindern und insgesamt 220 Personen. Im Ministerium in der Berliner Normannenstraße herrscht Alarmstimmung. Erich Mielke, seit 1957 Stasi-Chef, gibt Befehl, Wolfgang Welsch das Handwerk zu legen. Die Stasi-Hauptabteilung 6 arbeitet die Operation Skorpion aus. Agenten sollen Welsch auf Schritt und Tritt folgen. Eine Entführung wird erwogen und verworfen. Zu viel Aufsehen. Das Auslaufen der Entführungen hat keineswegs dazu geführt, dass man jetzt die Kritiker im Westen in Ruhe ließ und nicht mehr verfolgte. Der lange Arm der Stasi reichte bis zum Ende der DDR in den Westen. Nur die Methoden änderten sich. Die Methoden werden radikaler. Wolfgang Welsch soll liquidiert werden. Es gibt einen Fall eines Stasi-Mitarbeiters, der in den Westen geflohen war. Und die Stasi versuchte ihn, oder geplant hatte, ihn zurückzuholen. Der IM, der aber auf ihn angesetzt war, dem Stadtsicherheitsapparat vermeldete, eine Entführung ist schlecht möglich. Ich schlage deswegen vor, diesen Verräter vor Ort zu liquidieren. Der IM hatte dann sogar einen Mordplan entwickelt. Er wollte das Moped dieses ehemaligen Stasi-Mitarbeiters mit einem Sprengsatz versehen, sodass beim Starten des Motors dieses Moped in die Luft flog. Anschläge auf Fahrzeuge sind eine Spezialität der Stasi. Im Sommer 1979 verliert Wolfgang Welsch auf der Autobahn bei Darmstadt plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen. Der erste Attentatsversuch. Ich hätte mich selbst gar nicht für so wichtig gehalten, dass man mich ermorden könnte. Außerdem, ich habe sie nicht zugetraut. Warum auch? Ich habe für mich nicht die Gefahr gesehen, dass man mich töten möchte. Zwei Jahre später. Familie Welsch verbringt den Sommerurlaub in Israel. Es ist Sommer, man ist relaxed, man will Urlaub machen. Und man denkt instinktiv an die schönen Dinge und nicht daran, dass das eine Falle sein könnte. Mit dabei ist der beste Freund von Wolfgang Welsch, Peter H. Ich vertraute Peter natürlich. Klar, ich hatte ja keinen Anlass, ihm zu misstrauen. Er hatte alle Eigenschaften, die man an einem guten Freund schätzt. Peter H. ist der inoffizielle Mitarbeiter Alfons. Seit Jahren von der Stasi auf Welsch angesetzt. Er hat noch eine geheimnisvolle Begleiterin mitgebracht, die sich Susan nennt. Peter H. macht ein freundliches Angebot. Er sagte, geht ihr mal baden, wir machen den Essen. D.h. diese Susan und der Peter blieben im Wohnmobil und wollten Buletten braten. Mischten da einen Teig und die mischten da auch eine 10-fach tödliche Dosis Thallium in diesen Bulettenteig. Thallium, ein giftiges Schwermetall für den perfekten Mord. Vier Wochen ringt Wolfgang Welsch mit dem Tod. Bis seine Ärzte endlich die richtige Diagnose stellen. Nun war klar, der Mann ist vergiftet. Und man konnte dann auch entsprechend konkret helfen. Ich bekam ein Gegengift injiziert, wurde ins künstliche Koma versetzt. Und so begann gerade noch die Rettung meines Lebens in letzter Minute. Acht Jahre später, November 1989. Die DDR ist am Ende. Die Macht der Stasi auch. Ihr Chef überrascht mit weltfremden Bekenntnissen. Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte. Die Gegenliebe der DDR-Bürger hält sich in engen Grenzen. Im Januar 1990 wagen Demonstranten den Sturm auf die Berliner Stasi-Zentrale. Auf der Suche nach Wahrheit. Das ganze Material, was hier war, das ist doch weg. Das befindet sich doch ja nicht mehr hier. Vieles ist noch da, auch wenn die Stasi tatsächlich in letzter Minute versucht hat, das Schlimmste zu vertuschen. Den Beleg, den genauen Beleg, der ist vernichtet worden. Meine Akten waren an zu förderster Stelle bei der Vernichtungsaktion dabei. Eine mühsame Spurensuche beginnt. Schnipsel für Schnipsel. Indiz für Indiz. Das Problem ist, dass diese Mordaufträge in den Akten zunehmend nebulös umschrieben sind. Und dann in den entsprechenden Gerichtsverhandlungen die Stasi-Beteiligten dann ja auch erklärt haben, etwa liquidieren würde gar nicht töten bedeuten, sondern nur einen Vorgang zum Abschluss zu bringen oder ähnliches. 1994 ist es soweit. Der Berliner Staatsanwalt hat genug Material, um den Mann anzuklagen, der Wolfgang Welsch vergiftet hatte. Peter H., alias I.M. Alfons. Trotzdem, er mit falscher Identität in der Nähe Stuttgarts gewohnt hatte, mit falschen Papieren in den Schlusstagen des MFS, noch ihm übergeben, hat ihm alles nichts genutzt. Er wurde gefunden und verhaftet. Im Gerichtssaal geschieht, was in der Stasi-Welt ganz ungewöhnlich ist. Im Gerichtssaal, I.M. Alfons, packt aus. Ich hatte den Auftrag gehabt, dem Herr Welsch ein Mittel beizubringen. Das würde ziemlich unauffällig gehen und ich müsste so lange mit den Leuten zusammenbleiben, bis ich Symptome merke und sollte mich dann von denen absetzen. Ich hatte wirklich Glück im Unglück, dass ich an einen Täter geraten war, der nicht nur seine Schuld eingestand, der reuig war, der auch Scham zeigte. Mit den Worten, es tut mir sehr, sehr leid, die Schmerzen, die ich dir bereitet habe und überhaupt alles, was ich dir bereitet habe, kannst du mir verzeihen. Und er hat mehr gestanden, als er hätte gestehen müssen, beziehungsweise als ihm nachgewiesen werden konnte. Er hat Namen und Organisationsstrukturen preisgegeben, die keiner von den Führungsoffizieren preisgegeben hat. Sechseinhalb Jahre bekommt H. wegen versuchten Mordes. Generalmajor Heinz Fiedler, der die Operationsskorpion geleitet hatte, erhängt sich in der Untersuchungshaft. Auch Erich Mielke muss sich vor Gericht verantworten. Verurteilt wird er nicht als Stasi-Chef, sondern wegen zweier Polizistenmorde Anfang der 30er Jahre. Der Mann, der immer alles wissen wollte, leidet vor Gericht an Gedächtnislücken. Nach zwei Jahren wird der einstige Menschenjäger vorzeitig aus der Haft entlassen. Viele Täter kommen ungeschoren davon. Auch dieser Herr. Kurt Rittwagen. Der Mann, der Karl Wilhelm Fricke ans Messer geliefert hat. Ich erinnere mich nicht daran. Aber Sie haben doch gesagt, Sie wissen, dass Herr Fricke irgendwo in der Schlossstraße gewohnt hat. Das habe ich Ihnen gesagt. Irgendwo. Der plötzliche, praktische Gedächtnisverlust der Täter. Die Opfer können nicht vergessen. Im Traum, Schreckbilder, die kommen schon. Und davon kann man sich auch nicht freimachen, das ist ganz klar. Aber es hält sich im Gegensatz zu Leidensgefährten bei mir sogar in gewissen Grenzen. Weil ich eben das auch versucht habe, intellektuell zu bewältigen und zu verarbeiten. Ich glaube, das hat eine Menge ausgemacht. Auch die spektakulärste Stasi-Entführung kann nach dem Ende der DDR endlich aufgeklärt werden. Ein Fall, der 1952 ganz West-Berlin in Auffuhr versetzt hatte. Die Verschleppung von Walter Linse. Die Aktenspur führt erneut ins Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen. Man hatte ihn dann hier in Hohenschönhausen in einer dieser schrecklichen Kellerzellen dann eingesperrt. Man hat ihn abgehört, man hat ihm einen Zellenspitzel auf die Zelle gelegt. Man hat ihn vor allem brutal verhört. Und man wollte ihn eben vorbereiten, präparieren für einen großen Prozess. Dazu ist es dann aber nicht gekommen, sondern man hat ihn abgegeben an die sowjetische Geheimpolizei. Im berüchtigten Moskauer Gefängnis Butyrka verbringt Walter Linse die letzten Monate seines Lebens. Zum Tode verurteilt wegen Spionage und der, Zitat, Bildung einer antisowjetischen Organisation. Bis zuletzt hofft Linse auf eine Revision durch das oberste sowjetische Gericht. Vergeblich. Im Dezember 1953 wird das Urteil hier in der Butyrka vollstreckt. Er ist dann dort hingerichtet worden, sein Leichnam wurde verbrannt und die Asche auf dem Friedhof dort in Moskau dann verstreut. Mitte der 90er Jahre rollt die russische Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen Linse neu auf. Nach Überarbeitung der Materialien in dieser Strafsache sind wir der Überzeugung, dass Walter Linse zu Unrecht verurteilt wurde. Der Antrag auf Aufhebung des Urteils ist begründet. Er wird rehabilitiert zum 8. Mai 1996. Auf dem Moskauer Donskoi-Friedhof findet Walter Linse seine letzte Ruhe. Bei anderen Opfern von Stasi-Entführungen gibt es bis heute offene Fragen. Wo etwa Robert Bialek seine letzte Ruhe fand, ist bis heute ungeklärt. Ich meine, jeder Mensch hat das Recht zu erfahren, was mit seinem Angehörigen passiert ist. Und jeder Mensch möchte gerne trauern können. Und jeder Mensch möchte gerne irgendwann mit der Trauer abschließen können. Und das ist mir persönlich genommen. Und das ist natürlich auch meinen Kindern genommen, die das Schicksal ihres Großvaters natürlich auch kennen. Robert Bialek, Walter Linse, Karl Wilhelm Fricke. Drei von mehr als 400 Fällen, in denen Menschen von der Stasi gekidnappt wurden. Es war eine permanente Selbstdiskreditierung, denn es handelt sich ja bei jeder Verschleppung, bei jedem Menschenraub um einen heimtückischen, schmutzigen Vorgang. Wenn man heute manche Verklärungen der DDR in der Öffentlichkeit hört, es sei kein Unrechtsstaat gewesen und ähnliches. Ein Staat, der organisiertes Kidnapping in Hunderten von Fällen betreibt, wenn das nicht ein Unrechtsstaat sein soll, frage ich mich, was sonst als solches bezeichnet werden soll. 158 Kilometer Akten hat das Ministerium für Staatssicherheit hinterlassen. Schwarz auf Weiß, unbequeme Wahrheiten über die DDR. Um das Bild der DDR wird mittlerweile wieder hart gerungen. 20 Jahre nach dem Untergang versuchen manche, die Geschichte umzudeuten. Frei nach dem verqueren Motto, dass nicht alles schlecht gewesen sei. Die Schicksale der Opfer sprechen eine andere Sprache. Sie vor allem dürfen nicht vergessen werden. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie uns treu. Nächstes Mal in History eine Königin, die schon immer um die Herzen ihres Volkes ringen muss. Vom Volk geliebt wird nur die Schwiegertochter Diana. Nach deren Tod gerät die Monarchie in ihre schwerste Krise. Mehr Geschichten hinter der Geschichte im Buch zur Reihe, das im Handel erhältlich ist. History. Geheimnisse der Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017